Wer nicht verrückt wird, der ist nicht normal, oder etwa nicht, oder etwa nicht, denn das fällt ins Gewicht, ja, das schlägt ins Gesicht, oder etwa nicht, oder etwa doch. Treffen sich zwei Planeten und sagt der eine, oh mein Gott, was ist mit dir passiert, wie siehst du denn aus? Sagt der andere, oh, ich hab Homo Sapiens. Er sagt der Erste, das tut mir so leid, aber bitte tröste dich, das geht vorbei. Ein großes und eigentlich schweres Thema, leicht und eingängig aufgearbeitet. Ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass er heute hier sein kann. Begrüßen Sie mit mir Johann Wolfgang von Goethe. Ich freue mich. Das ist das Lebenssinn. Ich freue mich vor allem, dass ich bin. Wie macht man es? Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an. Erlkönig hat mir ein Lines getan. Me too. Und kurzweilig und schöne Musik. Sollte man sich anschauen. Ich frage mich an. Untertitelung des ZDF, 2020